Und hopp. Nein! Oh nein! Nimm mir doch nicht mein Vieh weg! Oh, wo komm ich hier lang? Oh nein! Komm schon! Ich will was haben! Ja! Ja! Gib mir, gib mir Feder! Yeah! So, dann werd ich sehen, dass ich... Speed draufkriege. Das schaff ich so nicht! Mann, oh! Ich will aber, deswegen sterbe ich jetzt. Und ich hab ne Idee! Los, töte mich! Dip, 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 düm, düm, düm. So, und zwar... Ich werd jetzt ausnahmsweise mal sowas benutzen von diesen Dingen, die ich... Da, guckt mal! Ein P steht da! Für Power Mario! Und jetzt zeig ich euch... Der hat die ganze Zeit volle solche Power. Geil, oder? Dafür ist dieses Power Juwel da! Bäm! Gleich zwei auf einmal! Nein, ich werd keine Feder einsammeln. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen schlechten Einfluss hat dann irgendwie. Hä? Da steht ein Pfeil nach oben. Okay. Oh, ein Leben! Oh, noch ein Leben! Ach, komm! Komm! Das war's noch nicht! Das war's noch nicht! Ach, dann war's halt doch das. Okay. Mir doch egal. So. Achso! Oh, jetzt hab ich ne Idee. Nein! Scheiße. Das ist so schlecht, ey. Ich komm wieder ohne Feder... Da an. Ähm, Feder! Blatt! 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 Verdammt noch mal! Ich brauch ein Blatt, um das vor... Naja, wenigstens gibt's dann was Spannendes, worauf man sich freuen kann. Für die nächsten Parts. Bis ich endlich mal mit nem Blatt zu diesem Gegner komme. Der ja immer gleich aussieht und immer mal ab und zu was anderes kann. So, toll. Jetzt können wir da rüber. Das bringt's auch. Tja. Jetzt kommt ein Level, das ist, glaube ich, mit diesem Powerblatt... Nein, doch nicht. Das ist ein anderes Level noch. Na, okay, dann... Und hopp! Na, vielleicht ist hier auch wieder so ein schöner, toller Bossgegner drin. Man weiß es nicht. Zumindest von der Musik her könnte man drauf schließen. Weil's ein Castle ist. Und, wow... Seht euch mal diese Blöcke an. Hier. Die verändern ihren Gesichtsausdruck nicht, wenn sie runterkommen. Das ist in Super Mario World schon anders gewesen. Hm, hm. Ja, schlau, meier Exido zeigt mal wieder, dass er voll das Arschloch ist. Weil er Leuten irgendwelche Sachen aufschwatzt. So. Ah, ich glaub, hier gibt's nicht mal nen Boss. Wenn ich mich recht erinnere von damals. Boah, aber dafür gibt's hier böse Blöcke. So, wenn wir jetzt hier hochkommen... Ich glaub, dann sind wir durch das Level durch. Ne, noch nicht. Okay. Aber mir kam's so vor, als wäre hier kein Boss zu finden. Das kann auch gelogen sein. So. Und wieder geht's ein Stück hoch. Was ist denn das? Die tun nicht weh. Gut. So, und nochmal hoch. Und jetzt bin ich schon so weit oben. Und... Sehen wir mal. Oh, da geht's höher. Da müssen wir auch hoch. Sehr schön. Und da kommt jetzt noch ne Röhre. Sag mal, ey. Das ist ein Anstieg hier. Ja, ich sag doch, hier gibt's keinen Boss. Na, super, ey. Aber dafür gibt's mehr Stages. Ja, ich weiß. Ich überflieg das Ganze jetzt. Oh. Hehe, ich überflieg das dann mal. Hahaha. Sehr guter Wortwitz. Na, toll. Das war jetzt nicht so gut. So, trotzdem überflieg ich das. So, und jetzt lande ich. Ich glaub, ich flieg zu weit. Ich seh's kaum. Nein, da ist eine Röhre. Okay. Wir haben das Level leider nicht gesehen. Hm. Ich hab nie ne Garantie gegeben, dass wir wirklich alles aus den Levels sehen. Ich geb höchstens ne Garantie, dass ich alle Levels mache. Mehr nicht. Entschuldigung, dass ich euch... Dass ich... Wenn sich jemand verarscht fühlt, dann entschuldige ich mich dafür. Aber ändern wär ich trotzdem nix. Hehe. So, weiter geht's. So geht's einfach viel schöner. Hm. Aber hier diese... Diese... Oh, E-Mir-Os. Die hier wieder rumstehen. So, vorsichtig. Und da geht's rein. Buhu. Und hier ein Großer. Oh, geil. Und was kann der anderes als der normale? Kann der länger fliegen? Oder was? Nö, kann er nicht. Der kann ja überhaupt irgendwas anderes... Ah. Ey, guckt mal. Der kann sich in einen Stein verwandeln. Sieht ja nett aus. Wenn man runterdrückt und die B-Taste benutzt. Ich werd das Ganze mal ausprobieren. Blöderweise nicht auf diesen Dingern. Das wär jetzt so... Nein, ich nehm keine Feder. Nein! Ich hab ne Feder. Oh no. Das ist der böseste Trick, den es gibt, oder? Oh. Das haben die so geplant. Die haben einem dieses Waschbärkostüm gegeben, um... 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 Mano. Ich fühl mich verarscht. Die hat das ehrlich gesagt so gefallen, wie es war. Ich denke mal, bei dem wird's jetzt nicht gehen. Also bei diesem Kostüm. So. Nee, es geht nicht. War ja klar. Ich will wieder dieses Kostüm haben. Oh. Krieg ich ne SMS? Habt ihr das auch grad gehört? Dieses... Einwähl-Dings. So. Jetzt holen wir uns wieder ein Leben. Außer es kommt keins. Nö. Es kommt keins. Und es ist mal wieder hier. Pilzpflanze. So. Ah, scheiße. Ich wollte auch erstmal die 6 machen. Zumindest wollte ich ein bisschen chronologisch vorgehen. Bäh. Ich krieg's kaputt. Ha. Äh. Äh. So. Bringt mir nichts. Ich weiß. Außer... Außer... Nö. Eigentlich bringt's mir wirklich nix. Nein, nein, nein. Kein... Keine Blume. Ich mag die Blume nicht. Ich mag sie nicht. Hab ich schon gesagt? Ich mag Blumen nicht. Ich mag keine Blumen, genau. Ich steh da nicht so drauf. Ich find, das ist mir zu romantisch. Und ekelig. Ja, komm. Komm hoch. Ha. Ne, 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 ne. Äh. Da war nur ne Münze drin. Das ist ja voll verarscht, ey. Da riskiert man hier sein Leben und dann sowas. Wo bin ich hier? Level Nummer 1. Nein, nicht ganz. Würde ich sagen. Nicht mal annähernd. Das sieht ja fast gar nicht so aus. So. Moment mal. Kann man? Geht das? Ja, es geht! So, jetzt ganz schnell bis zum Ende. Äh. Oder hier hoch. So. Dann halt so. Ich weiß nicht, was mir das dann gebracht hat, dieses weiße Ding. Hat's auch vielleicht nichts. Und fertig. Hä? Ich bin immer noch hinterher. Ich war immer noch dahinter. Cool. So, jetzt. Ah, jetzt bin ich's nicht mehr. Toll. Wäre ich vielleicht schneller gewesen um, sagen wir mal, 30 Sekunden oder sowas. Dann wäre vielleicht irgendwas gegangen, aber. So. Also, wir müssen uns wohl doch neue Sachen merken hier. Blume. Nicht Blume. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das hier eine? Ja, das war ein Stern. Gut. 20 hatten wir hier irgendwo. Ah, One-Up. Dann war's das daneben oder irgendwo. Ach, was weiß ich. Ich hab ja eigentlich genug Sachen. Warte mal, was hab ich denn alles? Oh, ich hab schon fast meine dritte Seite voll. Ich muss mal wieder was benutzen hier. Oh, ich krieg schon wieder einen Gegenstand. Toll. Äh. Tja. Viel zu viele Gegenstände, die ich hier hab. Zack. Gleich einer noch und dann ist schon die nächste Reihe voll. Na, ganz toll. Na, super. Hat eigentlich keiner so gewollt. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh, wie süß. Geil. Da kann man draufstehen. Ist das geil. Ich liebe es. So, mal den Hard-Mode ausprobieren. Nicht auf den Wolken stehen bleiben. Wer das schafft, ist gut. Nein, dann darf ich auch dieses Ding nicht... Ach, eine. Eine wird okay sein. Ach so. Nur, das war nur zum rausfinden. Also, das war nicht dazu gedacht, um... Ich hab ja nur gesagt, nicht auf den Wolken. Deswegen... Ja, okay. Wir können auch diese Holzdinger da noch... ...mit einbeziehen. So. Jetzt geht's nicht anders, nun mal. Ja, okay. Ich bin sehr komisch bei meinen Regelungen, nicht wahr? Oh, 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 oh. Shit. Shit. Brrr. Brrr. Weg. Weg, weg, weg. Weg, du Böses. Du. Äh. Scheiße. Runter, runter, runter. Ah, okay. Jetzt musste ich ja auf dem Holz stehen. Das wusste ich vorher doch nicht. Und jetzt muss ich auf Wolken stehen. Sorry. Das ist... Das tut mir leid. Ich... Ich hab das nicht gewollt. Es war... Keine, äh... Absicht und so. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Finde ich Pech. Äh, so. Jetzt bitte. Diesmal. Diesmal klappt's. Diesmal klappt's. Diesmal sterbe ich nicht. Dran. Oder diesmal... Diesmal verliere ich meine Feder nicht. Und wenn doch, dann... Nehme ich eine neue. Wow. Ist das gemeingefährlich hier. Warte mal. Diese Viecher in Super Mario World konnten die sogar noch... Wow. Konnten die sogar noch Knochen schießen, wa? Ja, das sieht auch komisch aus. Man ist... Man fällt langsam, während man sich in der Luft rollt. Das macht Sinn, nicht wahr? Wow. Scheiße, scheiße. Wuh. Wuh. Hey, die wird's geil. Ich glaub auch. Wuh. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Wuh. Bitte, bitte. Ende. Ja. Ende. So, jetzt zeig ich was. Seht mal. Wuh. Solange man hier in der Luft ist. Stellt euch das mal mit diesem Power-Juwel vor. Da kannst du ewig da oben bleiben. Der Kampf geht ewig nicht los. So, zack. Weg ist er. Wuh. Hammer. Hammer mäßig. Endlich hab ich's mal geschafft, Mann. Schön. Bäm. Jetzt ist wieder was aufgegangen, was eigentlich nicht nötig ist, weil... Wozu? Was will ich nochmal bei der Röhre? Das ist auch nur eine Abkürzung, von daher. So, was haben wir diesmal? Oh, toll. Wieder ein... Ein Pilzpflanzenstern. So. Oh Gott, das sieht schon böse aus. Hups. Noch sieht's nicht böse aus. So. Noch ist alles okay. Und... Ja, okay. Dieser Lakito, der könnte ein wenig nervig sein, aber... Nein, ach was. Ich will doch bloß dieses... Blatt. Blatt. Ich will das Blatt. Och, Mann. Toll. Jetzt hat er mir mein Blatt gleich wieder genommen. Ja, und da ist wieder so einer. Die kapieren's nicht, dass sie's nicht schaffen, oder? Das Einzige, was sie mir geben, sind zwei Münzen und... Ein paar Punkte. Hurra. So, komm. Level 9 noch. Und dann sind wir wieder... Oh, nein. Das ist... Das ist dieses Level, vor dem ich schon so Schiss hatte. Irgendwo. Weil es geht... Ziemlich böse steil nach oben. Und wenn man hier was falsch macht, dann... Hat man ausgekichert. Ui. Oh, ich hatte... Ich hatte schon vorher gedacht, wann kommt denn dieses Level endlich? Und jetzt ist es da. Oh, 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 oh. Oh. Ey, das ist aber ziemlich knapp, oder? Was ist zum... Das geht doch gar nicht! Ich könnte's mir jetzt einfacher machen, aber wozu? Ich mach's anders. Ich mach's so. Ich könnte's mir wirklich sehr einfach machen. Indem ich... Dieses Power-Juwel benutze. Ich hab davon noch zwei, also... Das ist kein Problem. Oh, 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 oh. Du doof. Ding. So, und zack, ja, und... Oh, man. Das wird nix. Das wird wieder nix. Ich wette es. Das geht doch gar nicht! Oder ich... Doch, das geht. Das geht. Diese Stelle, die meister ich. Als kleiner Mini-Mario. Und wenn ich's geschafft hab, dann ist es mir scheißegal, wenn ich sterbe, weil dann nehm ich doch das Power-Juwel. Aber erst mal diese Stelle ohne Schaffen, das will ich euch zeigen, dass das geht. Das geht. Ich hab nen Plan. Das geht auch. Schwierig, aber es geht. Das verspreche ich euch. Und als erste Ham... Hamsterhandlung. Amtshandlung, Mann. So, jetzt haben wir's. Ah! Ne, 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 ne. Oh Gott. Nein! Stimmt ja! Hm. Oh, 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 oh. Tu mir nix! Du bist doof. Das hätt ich nicht tun sollen. Ich krieg das hin. Ich krieg das auch so hin. Ich benutze kein Juwel dafür.